Wir sind beide 6 mal down gegangen und ich 3 mal, finde ich cool irgendwie so ein bisschen Ja und? Ja? Was ist das? Der Juggernaut? Ja, wir haben trotzdem ne 15 RKD noch Jedenfalls ich Für Simon kann ich nicht sprechen, ich hab keine Lust was auszurechnen Junge! Nein, Zombies hat einen Alex! Zombies nicht einen! Ja Junge, hier sind Zombies, Simon Du wirf doch einen Affen! Ja genau, ich hab doch Affe! Ja genau, ich hab doch Affe! Richtig geiles Deutsch Hier rumläuft, Alter Er checkt es aber auch nicht einen Affen zu werfen, oder? Ich wusste nicht mehr, dass ich... Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Junge! Ich geh wieder down! Ich geh wieder down! Oh mein Gott! Nein! Alex, ich glaube es ist nicht so schlau, wenn wir hier zusammen sind Hol dir doch Juggernaut, du... Ja, dann geh weg! Ja, guck doch mal mein scheiß Geld! Bleib jetzt hier bis ich Juggernaut hab! Nee, du kannst auch mal gehen! Du hast ja schließlich Juggernaut! Nee, ich hab keinen Juggernaut! Nee, ich hab keinen Juggernaut! Hast du wohl? Gar nicht! Hä, wer hat dir das erzählt? Äh, ich mein, haltet drin! Hä, die M27-Gepunt, scheiß Müstefeißer! Was? Wüstenscheißer? Ja! Wüstenscheißer! Alter Junge! Wirf doch einen Affen, beziehungsweise... Ja, hier sind doch keine Affen! Äh, ich mein... Ich dachte erst mal, er wirf den Affen auf mich! Nee, du bist ja voll dumm! Äh, ja, Alex! Alex! Also die Aussage gerade, ja? Ja, okay! Ja, okay! Also wirklich! Wir haben ja schon... Wir haben ja schon meistens in der... Vergangenheit gesehen, dass ich manchmal dumme Ideen hab! Manchmal? Nein! Oh Junge! Ich muss mir die Tränen aus den Augen verkneiden! Das war so schlimm! Okay, jetzt alles wieder in Ordnung! Nein! Okay! Scheiße Junge, ich wollte gerade was sagen, aber das hab ich lieber gelassen! Das sag ich euch nachher! Mein... Mein Überleben ohne Juggernaut! Ziemlich hart hier! Er macht ein Überlebens-Tagebuch! Du machst ein Überlebens-Tagebuch, oder? So überlebt man bei einer Zombie-Apokalypse! Simon! Nicht! Kauft euch also immer Juggernaut! Das ist sehr wichtig! Hä, wo kann man hier schneller laufen oder sowas herbekommen? Ja, jetzt kann ich sogar in die Kiste gehen! Äh, wär doch immer... Immer Refresh, vor allem Ebay! Gibt's hier Speedcola? Äh, ne... Wie ist dieses... Ähm... Eselstritt eigentlich? Äh... Ne, hier nicht! Gibt's hier nicht, ne? Nein! Jetzt hat er sich gekauft, Betten! Aber ich dachte, er hätte sich gekauft, schade! Aber schneller Nachladen gibt es hier, oder? Ja! Es gibt alle aus der Eselstritt und halt die neuen Bergstar! Von denen noch niemand gehört hat! Ja, aber diese komischen... Diese komische, ähm, neue Raygun haben sie ja auch hier reingeknallt! Ja, ich glaub, aber nur wenn man das DLC auch hat, weil ich hab die hier noch nicht rausgekriegt! Nee! Ja! Du hast doch selber das DLC! Nein, hab ich nicht! Ich hab's immer mal an das Profil gestartet! Achso! Na? Okay, dann... Ich hab zwei gepunchte Waffen! Und Juggernaut! Jetzt freu ich mich ganz doll! Eigentlich sind schon Runde 12, was ist denn da los? Ja, ich weiß auch nicht! Warum? Voll übertrieben, ich glaub, ich glaub wir gehen ab! Ja, ne? Weil Detlef und so! Iiii, Detlef! Hm? Das ist der Mann! Detlef die Soast! Ich bepiss mich, wenn er schwitzend auf'n Technobiep... tobt! Hä? Wo ist denn Dingens? Wo ist denn jetzt schnell der Nachladen? Das ist doch noch nicht hier, Mann! Das wird doch immer gedroppt aus diesem Nuke-Dings da! Achso! Ich weiß Nuke-Dings! Der Nuke-Counter! Vielleicht sollten wir erst mal die ganzen Mac aufkaufen! Du musst noch 37 Kills machen! Und dann? Ja, dann kommt ne Perk! Achso! Gerücht! Das bedeutet nichts! Ich weiß nicht, vielleicht brauchte das ja! Kann man eigentlich auch zweimal Affen ziehen aus der Kiste? Hallo? Äh, hab ich überlegt grad, ich denk schon! Aber ich weiß es nicht! Ja doch! Sollte schon gehen, denk ich! Ja! 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 Ist das Ding auf dich drauf gefallen? Vielleicht ist das Ding auf dich drauf gefallen, dass... Nein! Es wird grad erst gedroppt! Ja! 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 Äh! Ja! 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 Alex nimmt was auf und steht einfach nur rum. Ja, weil ich den Zombie nicht finde. Er steht auf dem Fleck und sagt, er findet den Zombie. Ja, Junge, ich dachte, ihr findet den irgendwann. Ich habe gewartet, bis ihr den Lima findet. Er lässt sich schon gleich in meine Clamer, weil die ist so beastie drauf. Echt? Wo ist das? Boah, Junge. Boah, geil. Hey, wo ist denn der? Ja, keine Ahnung. Lauf gerade das zweite Mal über die Map. Doch, meine Real Life, die... Ach, Junge, hier kann man es aufmachen. LOL. Hey, das ist doch jetzt noch der... Ist das Spiel verbuggt, oder was hier los? Wo ist denn jetzt der letzte Zombie? Ich glaube, der wurde von der Dingens zerdrückt. Ja, aber dann wäre er ja tot, dann würde es ja weitergehen. Bei mir hinten ist er nicht. Alter, jetzt brauche ich mir Louis. Wer ist Louis? Du weißt doch, wer Louis ist. Ich schreibe ihn in den Titel. Ach so, der Louis. Oh, Junge, ich dachte, da oben wäre Louis, aber nee. Wo ist denn das? Wo ist denn der Zombie jetzt? Daniel, kennst du Louis? Nein, wer ist Louis? Ja, keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Ich habe alles abgeguckt, hier ist der nicht, nirgendwo. Ja, ich glaube, der Speck oder der, der versteckt sich. Eindeutig, er ist in der Päcker Punch-Maschine. Warte, wir sollten auf die Päcker Punch-Maschine mal schießen. Ich habe übelst die geile Idee. Alex, du nimmst jetzt eine Nate, hältst die richtig lang. Ohne Witz, der Zombie ist weg. Junge, ich glaube, der versteckt sich vor uns. Ja, lass mal einfach alle drei zu Päcke Punch stellen, dann muss der dann irgendwann kommen, oder? Ja, irgendwie schon. Guck mal, ob ich... Er hat sich in meine Claymore verwandelt, kann ich die kaputt machen? Nein. Das ist sehr spannend. Ja, ja, die Leute, die gerade zuschauen, die freuen sich auch mega doll darüber, glaube ich gerade. Weil wir so viel machen hier und weil so viele Zombies gerade on the way sind. Ja, richtig viele Zombies sind gerade on the way. Warum ist hier keiner? Gucken wir mal so ein bisschen den Juk an. Oh, Juk, das ist voll unlogisch, man. Oh, scheiße, wir haben Koffen darauf. Was geht? Hä, wir sind gerade... Du bist mitten in der Aufnahme. Willkommen, Timo, du bist gerade auf YouTube. Genau, ey. Hey, Leute, was geht? Aber ich würde sagen, wir beenden die Aufnahme, oder? Weil irgendwie kommt der Zombies nicht. Nee, der kommt schon. Wir dürfen die Hoffnung nicht aufgeben. Hey, wir machen die erste Pause. Wir machen die erste Pause. Also, wir machen jetzt noch... Wir nehmen jetzt noch eine halbe Stunde auf. Lassen euch dabei versauern. Da kommt er! Da kommt er! Wuuu! Ja, ja! Alter, wie lange haben wir auf den Scheiß-Zombie gewartet, Alter? Ich kippe ihn erst mal eine halbe Stunde. Oh mein Gott. Ist das schlecht? Was macht denn ihr satt? Äh... Zombie-Bonus auf Nuketron spielen. YouTube dabei aufnehmen. Oh, der war gerade Zombies aufgehauen. Ja, die Kamera... Oh mein Gott. Oh shit. Ich sehe mich im Spiegel und ich bin so schick. Ich hab gesagt, wir dürfen die Hoffnung nie aufgeben. Er wird uns... Er wollte halt auch mal kommen. Er wollte sich halt ein bisschen Zeit lassen. Ja. Und dann... Ey, wenn man ein Sandtags anheftet, sind die noch One-Hit mit dem Teil, ne? Oh, Junge, WTF! Keine Ahnung, ich glaube schon. Sale! Das kann ich leider nicht bestätigen. Nein! Oh mein Gott. Oh mein Gott, wie viele da kommen, Alex. Ja, Junge, deswegen ja. Ich brauch Hilfe. Das wäre sehr nett. Ja, du Witzbold. Ich war gerade im gelben Haus, aber ich musste direkt wieder raus. Weil da einfach mal 10 Milliarden Zombies kommen. Ich wollte gerade was anderes sagen, aber das kann ich nicht bringen. Oh Gott, ich bin außerdem beigetreten. Ich würde sterben. Ich weiß ja nicht, ob ihr es wusstet, aber... Ja, oh mein Gott, ich liebe dich! Ich bin doch hier, ich bin hier! Nice! Oh, Junge. Oh, Junge. Gleich rastet erst mal mein Nachbar aus. Er kommt her und schlägt mir erst mal ins Gesicht. Ah, fuck! In Zombies, Mann! Ja, du schreist ja auch so ein bisschen laut. Ja, und? Nein! Das muss halt so sein. Man muss halt seine emotionalen... Man muss halt seine Emotionen rauslassen. Das ist keine Emotionen mehr. Du schreist einfach die ganze Zeit. Das ist bei dir schon reden. Achso. Okay, dann. Jo. Wie jeder auf mich rumhackt, das ist voll gemein. Lass doch den Abend Alex in Ruhe. Das fällt mir gerade auf. Ich habe auch gerade diesen Behinderter rumgeschrien, Alter. Aber Daniel, nur weil der Zombie kam. Okay, da konntest du nichts für. Da muss er so rumschreien. Da muss man einfach rumschreien. Loll, wie kannst du beitreten? Wut? Dann denken Sie, dass Timo das Alex das anlöst. Also, das kann man noch einstellen. Äh, nee, eigentlich kann man doch gar nicht so nachts. Doch. Loll, geht das auf dem App hier? Ja, das geht auf jeder mit. Vor allem, äh, Timo ist... Hat 500 Punkte, ne? Da kann er echt viel holen. Nee, nee, ich kriege 1500. Na, du hättest noch eine Runde erwarten müssen, dann hättest du, glaube ich, 3000 oder 5000. Wo ist denn die Kiste? Äh, im Himmel. Guck doch in die Luft. Der ist immer gesprengt. Na, äh, die ist hier. Tschüss, Kiste, tschüss. Nein, es ist nicht. Ich habe ihn im 16 genommen. Geht auch. Im 16, die gibt es aber hier im Multiplayer, die gibt es die gar nicht, ne? Okay. Nein. Das ist ja auch ne Black Ops 1 Waffe. Ich glaube, ich hol mir die gleich und punch die. Einfach nur wegen... Die punch da auch geil. Wegen Blobs 1 einfach nur, weil ich die da so geil fand. Wegen Granattenwerfen und so. Ach stimmt, der hat ja hier auch nen Tuber. Echt, der hat ja auch nen Tube. Ich dachte, die wäre hier ein bisschen anders. Die Galil war aber auch geil. Beim Blobs 1. Äh, 2500 Jugger Nock. Oh mein Gott, ihr habt so Timing mit der Munition gerade gebracht. Ja, jetzt habe ich wieder Affen. Das war mein flottes Zauberhändchen. Oh, Alter! Das flotte Zauberhändchen spielt auch abends immer flott an dir rum, ne? Okay, ich hoffe jedenfalls. Das ist ganz, ganz blöde, das ist ganz, ganz böse Händchen. Wie Samantha immer lacht. So wie Simon, wenn das so flottes Zauberhändchen...